Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in unserem Katzen-Tipps-Blog. Dieses Video ist eine Vorschau, eine Inhaltsangabe zum Thema zu Beginn der neuen Serie mit dem Thema Grundausstattung einer Katze. In dieser Serie möchten wir Ihnen Schritt für Schritt vorstellen, was Sie alles benötigen, worauf Sie achten sollen, bevor und nachdem Sie sich für eine Katze entschieden haben. Jede Woche beschäftigen wir uns mit einem neuen Thema, natürlich auch mit vielen Tipps und Tests rund ums Thema Katze und eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Die alten Videos werden jetzt Stück für Stück verschwinden und eben durch die neue Serie dann ersetzt. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserem Blog. Vielen Dank!